Im letzten Video habe ich dir gezeigt, welche Hardware für Musikproduktion in Europa am meisten verkauft wird. Nun geht's weiter mit den Musikproduktionssoftwares, auch DAWs genannt. Wir haben uns schlau gemacht und kennen nun die Softwares, wir wissen, wann sie released wurden, haben die Preise recherchiert und wissen, wie oft sie verkauft wurden. In diesem Video zeige ich dir die 10 meistverkauften Musikproduktionssoftwares in Europa. Bleibt dran! Wir sind folgendermassen vorgegangen. Zuerst haben wir die Release-Daten der DAWs gesucht und den aktuellen Preis. Danach haben wir die meistverkauften DAWs anhand der Verkaufszahlen von bekannten Musikhändlern eruiert. Das Resultat unserer Recherchen zeige ich dir in dieser Übersicht. Möchtest du diese Übersicht herunterladen, dann habe ich dir den Link dazu in die Beschreibung gepackt. Ich gehe jetzt in die Details dieser Liste und spreche jedes Produkt einzeln an. Wichtig dabei, wenn ein Produkt mehrfach in der Liste auftaucht, also zum Beispiel einmal in der Einsteiger- und später in der Profiversion, haben wir auf eine Doppellistung verzichtet. Zum Beispiel FL Studio und Ableton werden tatsächlich mehrfach in den Top 10 aufgetaucht. Und das mit verschiedenen Versionen. Im ersten Platz haben wir ImageLine FL Studio Producer Edition. Mit einem Preis von 179 ist das eine günstige Version, die hier auf Platz 1 ist. Diese Software belegt den Platz 1, 4 und 8 der meistverkaufenden Musikproduktionssoftwares in Europa. Die Software ist zum Programmieren, Mischen und Produzieren von Loops geeignet und sehr viele Produzenten führen auf die Software. Auf Platz 2, 6 und 15 haben wir Ableton Live. Erstaunlicherweise die Ableton Live Suite. Mit einem stolzen Preis von 599 Euro. Das Release ist ein bisschen neuer. Es ist wirklich die grösste Version, die du von Ableton kaufen kannst, die hier auf Platz 2 gelandet ist. Ableton Live ist eine Software für Komposition, intuitives Produzieren und Live-Mixen. Und hat sich vor allem mit seinen verschiedenen Kontrollen, zum Beispiel Ableton Push, einen Namen gemacht. Auf Platz 3, 14 und 17 finden wir Avid Pro Tools Studio Perpetual. Das ist die unbeschränkt gültige Version von Pro Tools. Damit kannst du Mischungen in Surround, Atmos und Ambisonics Formaten machen. Pro Tools wird ausserdem in grösseren Studios für Multitrack-Aufnahmen verwendet. Auf Platz 4, 11 und 13 haben wir Steinberg Cubase Pro. Auch hier, die grössere Version wird am meisten verkauft. Das Release-Datum ist auch sehr neu. Steinberg Cubase Pro ist eine klassische Sequenzer-Software und Audio-Workstation. Dies ist eines von mehreren Videos zum Thema, was sind die meistverkauften Musik-Tools. Checke auch unsere Playlist mit den meistverkauften Hardwares, den meistverkauften VST-Instrument-Plugins und VST-Effekt-Plugins ab. Möchtest du deine Lieblingsmusik-Produktionssoftware jetzt bestellen? Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und bestelle deinen DAW gleich online zu dir nach Hause. Alle Softwares, die ab jetzt aufgelistet werden, sind nur einmal vertreten. Auf Platz 5 haben wir Bitwig Studio. Mit einem Preis von 389 ist es relativ günstig, das Release-Datum ist eher neuer und es ist eine softwareische Komposition, intuitives Produzieren und Live-Performances. Auf Platz 6 haben wir Presonus Studio One Artist Edition. Und das ist wieder eine günstigere Software mit 79 Euro, also die kleinste Version. Das Release-Datum ist 2020 und es ist ein Audio-Midi-Sequencer mit Einfenster-Philosophie. Auf Platz 7 haben wir Reasons Studios Reason 12. Preis ist 449 und Release ist 2021. Eine einfach und schnell zu bedienende Software für Komposition, Aufnahme und Mischung. Auf Platz 8 haben wir Magix Samplitude Pro X. Der Preis ist eher wieder günstig, Release-Datum 2022 und es ist eine flexible DAW für Aufnahme, Mischung und Mastering. Auf Platz 9 finden wir PG Music Band in a Box, Audio-File Edition Mac. Ein stolzer Preis von 719 überflügelt alle anderen Preise hier und das Release-Datum ist 2022. Band in a Box ist eine Kompositions-, Arrangier- und Begleitsoftware. Auf Platz 10 haben wir Steinberg Nuendo 12 mit einem stolzen Preis von 989 Euro. Release-Datum ist 2022 und es ist eine Pro-Ideo-Workstation für Post-Film, Werbung, Game, Komponieren und Arrangieren. Zusätzlich siehst du noch, wenn du diese Produkte jetzt kaufen möchtest, den Link, da kannst du draufklicken und kannst die Produkte direkt bestellen. Die School of Sound gibt es auch in echt. Die Classroom-Kurse kannst du in der Schweiz vor Ort oder online als Virtual Classroom besuchen. Ausserdem bieten wir neben Online-Kursen, Masterclasses und Sample-Packs auch Einzelstunden an. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Den Link zu unseren Angeboten findest du in der Beschreibung. So, das war's. Ich komme zu meinem Tipp zum Schluss. Fairerweise muss man sagen, dass nach dem sechsten Platz die Liste gewaltig abfällt. Wie meine ich das? Die ersten sechs Softwares sind die Platzhirsche und belegen mehrere Plätze in den vorderen Rängen. So ist Reasons Studio in unserer Übersicht zwar auf Platz 7 zu finden, aber real erst auf Platz 20 der Verkaufscharts. Die Platzhirsche sind also massiv beliebter als der ganze Rest. Die genannten Release-Jahrgänge sind in dieser Übersicht weit weniger wichtig als zum Beispiel bei Hardware. Denn DAW-Softwares werden meist im Jahrestakt gewartet und updatet. Somit sind alle gezeigten Softwares und ihre Versionen auch wirklich sehr aktuell. Ein weiterer wichtiger Punkt. Schäme dich nicht, eine Software zu benutzen, welche in unteren Rängen dieser Aufstellung ist, solange sie den Zweck erfüllt, den du brauchst. Zum Beispiel Band in der Box auf Platz 9 kann Dinge, die keine andere Software kann, nämlich automatische Begleitungen erstellen. In unserem Video «Die Top 5 DAWs» zeigen wir dir die Vor- und Nachteile der einzelnen Softwares genau auf. Es lohnt sich also, dieses Video zu schauen. Wenn du unseren Kanal unterstützen möchtest, dann klicke am besten auf den Link in der Beschreibung. Im folgenden Video zeige ich dir die meistverkauften VST-Instrument-Plugins Europas. Darin erfährst du, welche Sünd-Plugins auf den ersten Plätzen der Verkaufscharts sind. Klicke jetzt auf den Link oder bleib dran, um gleich weiterzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.